Wir reisen weiter in Italien und kommen nach Bulgari in Toskana. Ein ganz schönes Gebiet, das euch sicher alle kennen. Und wir haben hier ein ganz tolles Weingut. Das ist der Chiappini, der seit jetzt in der zweiten Generation mit der Tochter das Weingut betreut. Und jedes Jahr wirklich ganz tolle Wein macht. Das ist ein Wein mit Cabernet Sauvignon, Merlot und Cabernet Franc. Also ein Verschnitt, der ausgebaut ist für den Holzfass. Ein ganz tolles Wein, hochklassig, auch ein bisschen hochpreisig, aber für eine ganz tolle Gelegenheit. Und jetzt für die Weihnacht oder dann auch fürs Neujahr Essen bietet sich der Wein wirklich sehr gut an. Da habt ihr sicher viel Freude damit.